moin moin ja weiter geht und unsere ritualen hier haben das zweite getriggert ich hoffe dass wenn die die hochelfen wäre das ritual machen dass los hat wieder ausgewählt wird dann kann ich in lossern nämlich diesen schredder ball bauen und das in die luft jagen ich hoffe es zumindest schoss stärken für sich katapulte und beufelskanonen ist auch bei durch also das habe ich für eine forschung 162 prozent aber weiter naja jetzt fangen wir mit einer verteidigungsschlacht an heute mal sehr viel infanterie die wahrscheinlich alle mit zirmen kommen wird wenn sie nur mit ramböcken kommen ist das eigentlich gar nicht so schwierig wir haben ziemlich viele schützen gucken wir mal ein paar speere fürs tor damit tor kommen sollte wir lucky lucky mal weiß gar nicht wie stark die verteidigung ist wenn das ist erst nur eine nebensiedlung stark die türme sind vier türme ok 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 hier drüben wird zum schwierigsten werden hier 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 was ich hier mit dem machen, das weiß ich echt nicht wie weit kannst du dich dann strecken was 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 ist das? Gucken wo er hier landen will Na ja, ein bisschen Damage wenn ich das machen soll Skaven, yes, yes! Freak, Erika! Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zantri ist gerade, die ZDF, 2020 Zantri ist gerade gebaut worden, heißt, Quell der Verzweiflung hat nur noch ein Slot, wo er sich spreaden kann. Ella Hick hat aber kein Slot mehr. Nochmal ein bisschen Nahrung. Und ein bisschen Geld. 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 komplett durch deckt hier geschwindigkeit für infanterie war noch mitnehmen krank für solchen priester viel früher hätten machen müssen hier hinten mal ein bisschen aufräumen der geht mal hier hinten hin ich habe die befürchtung hier wird eine flotte kommen und pizza hat eigentlich gut verteidigung mit der armee die ist ziemlich stark hat auch die ratten beschwörung und so alles dabei er probiert es nicht dann hätten wir sie jetzt wenigstens klar vielleicht verteidigungsbündnis mit den da kommen sie ran speckte super kommt schwebende pyramide kommst du ja jetzt ist die frage hast du überhaupt speckte super hat überhaupt keine angrenzenden das heißt ich gehe hierfür steckte das schwebende glas 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 kriegen wir jetzt unseren plus bonus erstmal warst du dass der die solche auf max hatte geholt Let's go. This warlock wants black. What? noch mal drei es war das war ja 16 brauchst du schade perfekt perfekt hast du sogar waffe spielt er braucht hier keine waffe so vernichtet wenn wir jetzt noch nie so ganz sicher weil ich jetzt mache ich könnte jetzt anfangen eine invasion auf frühfahrt zu planen dass mir der ganze kontinent gehört er glaube ich am lukrativsten noch da ich ja da eine weide hier edelsteine noch handelsmatz und so bekomme ich kriege auch noch oder ein militärisches bündnis haben natürlich auch vor wohlfahrt angreifen ich glaube ich bleibe mal hier in tax land mit dem jetzt gucken wir erst noch mal in unsere verbotene werkstatt sogar die legendären jessels freigescheiden todesräder spielen wir nicht schredderer stehen wir auch nicht ein paar coole boni oder bonn war mein paar ach du scheiße mal auf was für ich habe gar keine dinge der ist dass die auch der wer kann denn auf dinge schredderer mount sitzen naja du hast die knochenbeißer seid ihr das also ist die dass die hellen glocke haben er wird das sein können ding schredderer todesrat das heißt wenn dann todesräder boni hat er leider nicht so gutes die perfekte vitalität mitnehmen glaube ich ganz gut für den helden und und du hast schon einen schönen boni die können das gar nicht tragen was ist denn du ein talisman bist du und die rüstung ich habe auch kein zuweisen kann die rüstung du wirst du wirst schade den kann ich nicht geben es ist so eine magier der jenige ist der die freigeschalten so was sind das sternturm itzer altar der gehörten ratte das heißt ich lasse den irgendwo hier zwischen den beiden stehen ich bin sehr gut ich bin sehr gut ich bin sehr gut Ja, zack, oh, Nahrung. Ja, zack, zack. Perfekt. Ja, es war eine ziemlich einfache Chaos-Invasion. Mal gucken. Ah, hier kommt irgendwo vom Wasser aus noch welche. Es gibt nämlich diese Krähen-Fraktion. Oder? Wo ist sie? Es war hier doch irgendwo... Oder war das die? Die gibt's gar nicht. Siehst du? Oder ich sehe sie nicht, weil sie quasi noch... Na ja, gut. Dann sehe ich es hier nur noch nicht. Aber gut, das war's für heute. Wenn euch das Ganze gefällt, mich riesig über ein Abo und ein Like und einen Kommentar freuen. Aber denkt dran, wenn das mit dem Bienchen und dem Blümchen will, muss freundlich sein. Live-Echsen, Live-Action, gibt's auf Twitch von Mittwoch bis Sonntag von 14, 15 bis 21, 24 Uhr link in der Infobox. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis danno. Bis danno. Bis danno. Bis danno.